Engaged umfasst einen Kalender zur Planung und Verwaltung von Aktivitäten. In Ihrer Agenda haben Sie einen Überblick über alle von Ihnen oder Ihre Kollegen geplanten Aktivitäten mit Kandidaten, Kunden oder auch persönlichen Aktivitäten wie Abwesenheiten oder Urlaub. Es ist einfach, eine Aktivität einzutragen. Sie öffnen das Fenster und Sie können einen Termin mit einem Kunden und einem Sprechpartner mit einem Kandidaten oder eine persönliche Aktivität eintragen. Die gleiche Aktivität kann auch aus dem Kandidatenprofil oder aus dem Kundenprofil mit dem Icon des Kalenders eingetragen werden. Also können Sie Aktivitäten mit Kandidaten, mit Kunden und Ansprechpartner eintragen und registrieren. Der Kalender kann leicht im Kalender von Drittanbietern, wie zum Beispiel Ausflug, integriert werden. Die Aktivitäten im Systemkalender werden ebenfalls direkt mit Ihrem Kalender synchronisiert, sodass die Planung einfacher und effizienter verwaltet werden kann.